Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Aus der Wien verliert gegen Red Bull Salzburg knapp mit 1 zu 2. Manfred, wie fände Dein Resonien zum Spiel aus? Ja natürlich sehr, sehr bitter, weil der Mannschaft wirklich sehr, sehr starke Leistung gezeigt hat, wie Salzburg wirklich gut gespielt haben. Es tut mir wirklich leid für die Jungs, dass es irgendwie die Bege getriegt hat, das Murmeltier werden. Wir haben wieder gute Leistungen in Salzburg gezeigt und haben wieder knapp verloren nichts geholt. Aber wir werden weiterarbeiten, wir werden sich gut vorbereiten für die nächste Woche. Vom Spiel her war es eigentlich von der ersten Minute an sehr, sehr konzentriert von unserer Seite. Wir haben die Räume gut zugestellt, die Salzburg spielen möchte. Wir haben wenig zugelassen, war nabelsicher gesetzt. Und zweite Hälfte sind wir dann durch eine Eggball-Situation in Deutschland geraten, wie mir ein Nimmer-Eckball war. Was mich bei Räume ganz besonders ärgert ist natürlich, dass die halbe Mannschaft von Salzburg schon auf dem Weg zurück war und das eigentlich so signalisiert hat. Und ich glaube, jeder im Stadion hat das gesehen. Das ist natürlich bitter. Und dann haben wir eine tolle Reaktion gezeigt, haben den Ausgleich erzielt. Und ja, sehr, sehr bitter, dass wir da heute wieder mitgenommen haben. Danke, Manfred. Jetzt bitte mal eine Frage. Und der Ralf kommt mit dem Mikro. Peter Klöber von der Kronenzau. Manfred, ich gehe noch nicht, dass Sie das halt im 0-1 sagen. Das habe ich jetzt gesagt, dass alle Spieler zurücklassen müssen. Ich denke, hast du nachher einen Anspruch darauf? Oder gibt es keine Reaktion? Oder hast du eine Antwort von ihm bekommen? Also, er hat fast gar nicht darauf reagiert, weil es ja so ist, dass du den Schiedsrichter am Spielbild nicht ansprechen sollst oder zur Redestellung sollst. Aber am Ende bin ich dann zu ihm in die Kabine reingegangen und dann hat es zugegeben, dass es nie und Nimmer-Eckball war. Und dann sehen wir da mit Unterbläger. Ich kippe den Assistenten auch. Man hat sich dann mit ihr. Ja, es ist nie überraschend, dass da keiner reagiert drauf. Das ist ganz klar. Ich kippe den Gras-Grader-Bellen-Körner. Ich habe darüber über Frau Holleck diskutiert. Und ich habe es auch selber so gesehen jetzt in der Kabine, als ich bei ihm war. Und ich habe es auch zugegeben, dass ich dafür entschuldigt. Aber ich kippe uns nicht so lange viel. Christian, habe ich den Sammerkommel, bitte? Ja, ich komme. Kollege, wollte ich nicht. Wir können über diese Frage eher diskutieren jetzt. Weil natürlich auch der Eckball-Zentor, diese schöne Zentor, der zukommt. Ja, der wird sich eine völlig neue Szene, aber der Tor hätte es auch nicht geben müssen. Es ist auch schwierig, wenn man vom VAR nachdenken muss. Ich glaube, dass man jetzt über den VAR nachdenken müsste. Aber ich glaube, solche Entscheidungen dürfen einfach nicht vorkommen. Das war nicht der einzige heute. Ich glaube, dass man da genug Personen rund um den Schiedsrichtern hat, die da vielleicht eingreifen müssten. Ob das jetzt VAR ist, ob das Assistenten sind. Ich glaube, dass man das einfach sehen muss. Ich glaube, dass viele Fehlentscheidungen liegt. Dann zu VAR er auch. Das war nicht der erste gegen Salzburg. Wenn man an Gletscher-Spieler denkt, als Ulmer dann 0 wegdringt und wir 0 zu 1 verlieren. Das war für mich auch gerade eine Fehlentscheidung, die da auch nicht korrigiert. Das ist ja bitter für die Jungs, die wirklich eine tolle Leistung gebraucht haben. Es ist ein Satz, das war der Top-Satzgang. Das ist dann vielleicht nicht so passend. Das kann man so geben. Der Heuer steht vor dem Torhüter. Ja klar. Das kann man leicht loben. Ein großes Kompliment, dass die Ausrichtung gemeint hat. Er hat zwar nicht den besten Plan gegen Salzburg, aber immer ganz einfach, dass eigentlich die Ausrichtung weiß, wie man den Salzburg spielt. Das wäre schon vorangegangen. Der Stilität oder der Plan ist perfekt aufgegangen, was ein großer Unterschied noch ist. Also in Salzburg, da brauchen wir nicht diskutieren. Wir sind uns Jahre voraus in ihrer Planung, in ihrer Spielideen, in der Entwicklung ihrer Mannschaft. Wir sind im ersten 3. Februar oder in der ersten Saison. Wir versuchen uns zu verbessern. Wir haben, wenn man schaut, was wir vorne aufgestellt haben von Spielern. Der junge, hungrige, willige Spieler. Und was dann Salzburg einwechseln kann, da sind riesige Unterschiede. Wir probieren alles. Wir laufen, wir kämpfen. Aber wir sind noch sehr, sehr weit von Salzburg entfernt. Aber wie gesagt, wir sind in der Entwicklung. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir im Meisterplatz sind, was ein riesen Erfolg für die Mannschaft war. Und ich habe es ja schon vor Längerem gesagt, das ist jetzt eine Möglichkeit, die Spieler zu entwickeln. Und da müssen sie spielen. Ohne Spielbrauch sind wirklich schwer. Das ist auch dann im Endeffekt. Ich meine, es ist auch ganz schön, dass Salzburg ist in der letzten Viertelstunde heute auch. Dies ist halt auch so aufwendig gegen Salzburg, als auch zu spielen, dass automatisch man bis so weit Lust und Konzentration auskommt. Und das ist sehr, sehr intensiv. Und wenn man den Vorwärter sagt, dann ist das ganz klar eine Champions-Regelmannschaft vom Niveau her, die sich 90 Minuten unter Druck setzt, die dann in den letzten 20, 30 Minuten noch frische Spieler reinbringt, die bei uns wahrscheinlich Stammspieler werden. Na klar, das lässt irgendwo die Konzentration nach. Aber trotzdem haben wir das überragend gemacht. Und es tut mir nur leid, dass nichts dabei rauskommt. In einer Woche schon wieder. Das ist der gleiche Plan. Oder muss man da genauso auftreten wie heute? Oder kann man sich überlegen, was auch einfallen lassen? Wenn dann sonst was einfallen lassen. Warum haben wir wieder keinen gemacht? Wir werden sich das Spiel genau anschauen, genau analysieren. Wir werden schauen, wo man vielleicht noch Fehler gemacht hat. Was wir so bessern können im Spiel nach vorne vielleicht. Und ganz klar vielleicht noch ein bisschen mutiger spielen, wenn wir heute gesehen haben, dass wir auch körperlich in einem sehr, sehr guten Zustand sind, dass wir auch mit Salzburg mithalten können und Salzburg richtig gut bespielt haben und gefordert haben. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Das hat ja den Romero Woodkick von Anfang an von Anfang an lassen. Erstens wieder rum und zweitens, wie hat er da gefallen? Na ja. Erstens einmal habe ich ihn spiegel lassen, weil er auch seit Wochen aufgezeigt. Als ich gekommen bin, bin ich ihn da 18 Spielen gesehen. Da war er nur mit Ball unterwegs und hat ohne Ball eigentlich fast gar nichts gemacht. Die Hoppersprache war natürlich richtig, aber man hat erkannt, dass der schon Qualität hat. Dann haben wir ja in den Länderspielpausen immer junge Spieler in die erste Mannschaft geholt, um sie kennenzulernen, immer drei, vier, fünf andere Spieler. Da ist dann aufgefallen, dass er ein riesen Talent hat, die richtige Qualität hat, aber vom Kopf her einiges verändert werden muss. Wir haben viele Gespräche geführt, wir haben ihn in die richtige Richtung geführt. Und wenn man jetzt sieht, wie er arbeitet, wie er im Training arbeitet, wenn man die Einsätze sieht, wenn er ins Spiel kommt, wie er seine Gegenspielersonde arbeitet, natürlich fehlt da noch was, das wäre eine Überraschung. Aber er hat eine Riesenqualität und ich glaube, dass es ein richtiges Juwel für Austria-Wien ist. Und die zweite Frage zur Leistung heute, also ich glaube für das erste Spiel von Beginn an, denn eine Top-Mannschaft hat er das sehr, sehr gut gelöst hat. Taktisch, er hat eine Kamera gar nicht ins Spiel kommen lassen, war sehr, sehr viel unterwegs. Und das kann man ausfallen, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihm. Gibt es noch weitere Fragen? Das ist jetzt keine Handzeichen mehr, dann sagen wir Danke an die Medienvertreter für die Fragen und Danke an die Zuschauerinnen und Zuschauer von Viola TV. Wir wünschen noch einen schönen Sonntagabend und einen schönen Feiertagmorgen. Tschau.